Siehst du, für mich bedeutet es Freiheit. Einfach die Vielfalt, die Vielfalt, das bunt sein und einfach, es sieht schön aus und künftig gelangt. Ganz viel Spaß, ganz viele bunte Menschen und positive Energie. Neue Menschen kennenlernen, dass alle dort gleich geliebt werden. Was dieser Verein hier auf die Beine stellt, bin ich großartig. Die Beine stellt, bin ich großartig. Die Beine stellt, bin ich großartig.